. Endlich Mama, Eva Longoria bekommt mit 42 ihr erster Baby. Eva Longoria, 42, erwartet ihr erstes Kind. Nach ihrer Hochzeit mit Geschäftsmann Jos Antonio Basto mit Akut N, 49, gab es immer wieder Gerüchte, der ex-desperate Huse Vives Star sei schwanger. In der Vergangenheit erwiesen sich diese Spekulationen jedoch als unwahr. Nicht so dieses Mal, ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte gegenüber Uswick Lü die Schwangerschaft. Die Texanerin sei im vierten Monat und erwarte einen Jungen. Es ist das erste eigene Kind für ihr – man hat bereits drei Sprösslinge aus seiner ersten Ehe mit Ex-Frau Natalia Espau mit Akut N. . . . . . . . . .